Jo meine Freunde und willkommen zu einem neues Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal darum, Rockstar Games will uns endlich bannen für Nitro Autos. Hammer krass, klar, okay, das ist richtig krass, unfair, wenn man GT5 einfach rennt fährt und gegen andere, die haben echt keine Ahnung, so Nitro Autos, dann ist es extrem fies, verstehe ich auch, mich würde es dann auch ankotzen, einfach mal freuen, halben ließ so ein Auto benutzen, ich weiß davon nichts, das ist auf jeden Fall richtig mies, verstehe ich und ich denke jetzt einfach, viele Leute haben das in Rockstar Games gemeldet und Rockstar Games will bis morgen diese Leute, diese Fahrzeuge haben bannen, das heißt meine Freunde, verkauft diese Fahrzeuge heute noch, wenn es euch geht, wenn nicht, kann es echt sein, ihr morgen wahrscheinlich gebannt seid, wenn nicht, dann habt ihr Glück gehabt, oder euch Fahrzeuge sind entfernt worden, das dann nicht werden, aber ja, wie gesagt, verkauft es Fahrzeuge einfach und wenn es was Neues gibt, wieder mit Nitros und alles, das ganze Zeug, immer auf meinem Kanal, einfach drauf schauen, abonnieren, wenn ihr wollt, ja, das war es doch eigentlich wieder von mir, ja, peace out meine Freunde, haut rein, ciao